so meine damen und herren meine lieben leute von heute willkommen zurück zu einer neuen folge von landwirtschaft und ihr seht schon was ich vorhabe und ich weiß echt nicht ob das funktionieren wird das schlimme ist wir müssen den helfer laufen lassen und die frage ist ob der helfer damit klarkommt klappt das jetzt oder klappt das jetzt nicht zwischendurch hat er mal nicht mitgenommen also richtig nimmt das nicht mit schade eigentlich wäre ein super trick gewesen und hätte uns einiges erspart an kosten also müssen wir der hat jetzt schon vollen tank alter geht das schnell mit hafer müssen wir gleich schon gucken wo wir hafer verkaufen und so ach gerste ist das ja ja stimmt also im wald handel schon mal gleich mal rüber können wir schon mal rüber fahren der wald das ist ja scheiße mein feld geht doch kaputt dann muss man den anhängen hier und gleich ist es schon voll dann legen wir mal los und müssen wir mal ja wer hat das ist ja oh musik und ja auch nicht zu viel kaputt machen wort da müssen wir mal gleich gucken wo man ihn um das zeug hinschaffen hafer ist das hafer naja ist das geld nicht das hier hier hafen nord genau ganz weit oben die mission habe ich noch nie beendet abschließen hier so weit oben fahrt gehen wo die schütte das 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 lade ich hier schön in uns im silo erstmal ab das ist mir zu weit das ist mir ein bisschen zu weit jetzt hier hier muss ich gucken ja hafen nord danach würde getrengemügel kommen die natürlich schon 60 weniger neee 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 ne macht mich gerade nichts ähm hier check out ich wollte ja durchgehen was habe ich so für ph4 spiel eigentlich ähm ein paar spiele habe ich ja 18 stück wie gesagt credit und äh alles habe ich jetzt auf dem tisch alles 19 alles 17 habe ich dann noch ähm pfaa 17 habe ich dann noch zum beispiel ich habe das last of us habe ich noch was habe ich denn noch so was besitze ich denn jetzt gerade noch deutsche Kurs LNJ, wie man das unterschreibt, GDA habe ich noch Jurassic Park oder dieses VR-Spiel von Jurassic World Park, das ist ja geil, aber das besitzt sie ja noch. Wir werden erstmal hier noch etwas annehmen. 7000 zum fliegen, das ist natürlich billig. Und ihr bloß nie. Ah, es sind um 1000, das ist natürlich schon... Das beste ist immer was zu ernten, Feld 4, aber es ist zu weit oben. Das ist ja hier irgendwo. Hier, ne, es ist mir zu weit. 1000... Das kann ich mit meinen Maschinen machen, wenn die frei wären. Feld 24... Die ist voll süß! Feld 24 und Hafen Nord ab. Das ist alles so mit Weg, Hafen Nord. Das könnt ihr vergessen. Ja auch, Hafen Nord. Feld 11 fliegen. Das ja. So. 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 Was hab ich denn noch? Wehe ich gerade nie. Ich hab 18 Spielen insgesamt. Aber davon fällt mir viel zu wenig ein. Es gibt nicht noch Funding. Also. Alice. Alice. GTA. UEFA. UEFA. LA Nord. FIFA. Jurassic Park. Jersey World. Dann irgendwie so ein Strategie-Kampfspiel für die PA-Brille. Das weiß ich gerade nicht wie das heisst. Nicht Operator irgendwas, sondern das andere mit so einem Dax. oder so. Weiß ich jetzt nie. Boca Kance. Asterix und Obelix. Besitze ich dann noch. Da hört es eigentlich schon langsam auf mit meinem Gedächtnis. Boah. Ich hab das scheiße ausgerichtet. Ist mir so was schon egal. Ähm. Nachhaben wollen sind es natürlich ein paar mehr. Ja. Da hab ich natürlich jetzt auf der nächsten Liste. Asterobot. Äh. Reserves Mission. Und FIFA 18. Hab ich jetzt in der nächsten Bestellliste. Ähm. Und Wunschliste. Ah genau. Need for Speed hab ich noch. Need for Speed Vivals. Weil ich hab noch nämlich Payback hab ich nämlich noch in der Liste. FIFA 17. Ace Combat 7. Äh. FIFA. Formel 1 18. Benzos. Zombie. Bin ich mir nicht sicher. Also. Ich hab positives negatives. Wie immer. Da hört man natürlich. Äh. Truck Driver. Das kommt Ende des Jahres. Aber erst raus mit Blazy. Driver Club. Für die VR Brille nochmal. Äh. Bombmaschinen. Pur Farm. Äh. Island Flight Simulator. Eagle Flight Simulator. Starb der Wildsauce Park. Was gerade glaube ich nicht verfügbar ist. Ist nicht mehr verfügbar. Ui. Das ist natürlich traurig. Also muss ich gucken dass ich den woanders bin. In FIFA 19 natürlich Train Sim. Äh. Also Train Sim World. Und dann war's das. Die Musik perfekt. Also das sind so die Spiele die ich habe. Möchte. Und 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 und. Ok. Ob ich hier mit 3000 gut bedient bin. So. Die werden wir jetzt noch einmal Lerv machen. Und dann werden wir am Anfang schon mal mit dem. Sehen. Glaube ich. Also nicht mit dem Sehen Sehen. Sondern Sehen. Ja. Deswegen. Ich komme ja schon zu dir hoch. Keine Sorge. Ich komme mal. Mein länger. Da muss ich hier auch noch weiter auffallen. Ein bisschen. Wie gesagt. Schrauben wollte ich noch. Wischen wollte ich noch. Wischen wollte ich aber beim Zocken. Also alles ein bisschen drunter und drüber. Das Feld werde ich noch fertig machen. Das will ich noch in einer Aufnahme machen. Und über den Schrank sehe ich nicht ob da noch was kommt. Das ist echt. Äh. Er hat sich richtig fett verzogen. Würde mein Kumpel jetzt sagen. Ich würde sagen. Es passt. Scheiße ist nur dass er so ein bisschen. Kipplich ist jetzt. Warum auch immer. Vielleicht sind die Räder verschieden groß. Weil er genau auf den zwei. Also. Ich weiß nicht. Müssen wir das nochmal genauer angucken. Warum er vielleicht wackelt oder so. Oh. Die kämpfen sich bei hier hoch. Das ist auch so. so ein enges Feld hier schon. Für unsere Leistung an Fahrzeugen. Das ist doch schon relativ groß. Das Feld. Schau mal. Also eben dass. Keine Hack der Zahn. Hier da steht. Bei den Feldern. Wie bei Alice Hudson. Aber. Na gut. Es ist ebenso. für meine Gegend tun. Wenn es ein Mod geben würde, wäre es geil. Ich glaube, der ist relativ leer jetzt. Fangen wir schon mal an mit dem Sehen hinterher. Das ist natürlich Euro Truck. Das müssen wir natürlich auch mal wieder spielen. Wollen wir hier weiter Sonnenblumen machen? Eigentlich ja, oder? Ich bin dafür. Helfen an und wir haben keine Aufgaben mehr. Wir haben wirklich keine Aufgaben mehr. Geil. Ob das geil ist oder nicht, das ist in einer anderen Schicht. Leute, dann würde ich einfach mal sagen, lassen wir es doch schon bei dem Part. Ich werde jetzt hier auch noch mal stoppen. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Also ich müsste mich noch mal umziehen. Hügelbrett noch wegräumen. Die Socken für die Arbeit noch einräumen. Auffahrschwäch wegräumen eigentlich. Eigentlich. Jetzt gut dann. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt er. Ciao. Ciao, ciao.